Wo ist denn das jetzt? Martin. Warte, die Mama. Biene. Oh, Lieselina. Jetzt glaube ich, können wir da nochmal rumdrehen, Karin. Ja. Wer ist das? Jetzt wollte der Giovanna die Videos zeigen, was die Biene gestern geschickt hat. Ja, wer ist denn das? Ich habe noch eine. Du kannst sie fragen, ob ein Fieber hat. Die Hartfieber. Ich habe noch eine. 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 Wo hat denn die Biene die Videos gestern geschickt? Selina, magst du eine Biene? Hör auf zu hauen. Selina, magst du eine Biene? Ah, da. Giovanna, geh mal her. Wer ist denn das? Giovanna, die will, glaube ich, keinen, oder? Das ist die Selina und der Leon. Wer ist das? Cindy, will dir Biene? Morgst du Biene, Selina? Leon. Der Leon ist da nicht dran. Das ist nicht. Der Leon ist da nicht dran.